Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Pempelfort. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 34 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 550 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.